Guck mal Papa, das ist ein Zimmer nur für mich. Ganz schön groß wie so ein kleines Mädchen. Mit Hochbett. Und das Ganze ist der Garten. Und das alles mit 3,5 Netto. Vielleicht auch noch im Pool. Gehalt 3.500 Mark. Bausparvertrag BHW Dispo 2000. Monatliche Ersparnis 1100 Mark. Nach sechs Jahren Einzug ins Haus mit Garten. Wert 260.000. BHW. Haben Sie uns schon gefragt? Und warum kam das Pferd?